Hallo Freunde, ich warte auf Mini. Wir gehen heute zusammen auf den Spielplatz, um im Sandkasten zu spielen. Hallo Nicole. Wow Mini, du hast hier einen tollen Eimer. Schaufeln hast du auch. Und schöne Sandförmchen. Worauf warten wir denn noch? Dann lass uns gehen. Donnert es etwa? Auch das noch, es regnet. Können wir dann gar nicht auf den Spielplatz? Nein Mini, aber im Sand können wir trotzdem spielen. Bin gleich wieder da. Dann spielen wir eben hier. Mit kinetischem Sand. Oh ja. Wenn wir draußen spielen würden, könnten wir den Sand hier reinfüllen. Aber wir machen es auf den Tisch. Wow, der Sand hat aber eine tolle Farbe. Finde ich auch. Was machen wir zuerst? Ein Auto. Sieht schön aus. Ich mach eine Lokomotive. Mini, und jetzt machen wir ein schönes Schloss. Ich würde auch gern in einem Schloss wohnen. Der Krebs ist ja süß. Los Nicole, mach den. Ich finde, die sind alle schön geworden. Hey, ich hab eine Idee. Mini, mach mal bitte die Augen zu. Okay. Oh, ich bin so gespannt, was Nicole jetzt vorhat. Oh, ich bin so gespannt, was Nicole jetzt vorhat. Mini, du kannst die Augen wieder aufmachen. Okay. Wow, was für tolle Spielsachen. Ja, Mini. Falls regnet und wir nicht raus können, spielen wir im Haus mit diesen Spielsachen. Oh, in diesem Schloss wohnt ein Einhorn. Bestimmt eine Prinzessin.